so jetzt macht man ein paar kisten hier freunde 150 aufwerten hier wird eigentlich geld geschäffelt das ist schon mal gut halt es noch acht zusätzliche werkzeugkissen eingelagert werden dann lagert auch mal ein freunde höhle ich würde gerne mal so ein ding jetzt bauen hier jetzt alter was ein klotz es ist zahltag okay dann fehlt jetzt nur noch hier der mannerschrein und der muss hier hinten habe ich das ding irgendwo hingesetzt glaube ich gar wo war denn das jetzt es waren wieder einmal mehrere essenstransporte nach burgers end unterwegs natürlich würden diese niemals und gar nie nicht ihr ziel erreichen wenn wir irgendwo was noch geil wäre was ich auch noch nicht gefunden habe ist wenn man raum baut dass man mit einem klick zu dem raum transportiert wird ich bin nämlich gerade etwas überfragt das ist der vortex habe ich überhaupt schon in so ein raum gebaut wahrscheinlich eher nicht ja ach ja dann machen wir das hier hin ein arkano ah nee oder scheiße immer noch warst hätten diese goblins darauf vom siegen aber drei fehlermann in meiner produktion 25 pro raum füllt natürlich machte sich dieses sofort ans werk so und dann setzen wir das mal dahin und wenn wir dann die acht kisten haben so jungs baut mal kisten jetzt ich will hier kommt mal entwallung vier scheine ich aber schon wieder zu haben das jämmerliche böse hatte es zugelassen dass ein essenstransport burgers end erreichte ein trauerspiel ah ja meine güte ich kann es nicht ändern die gobbobots des sich nicht um seine kreaturen scherenden bösen waren durch ihre erhöhte geschwindigkeit gut geeignet essenstransporte nach burgers end abzufangen dies wollte sich das von einem mysteriösen erzähler einflüsterungen bekommende böse natürlich sogleich zunutze machen ja ich weiß ich machs ja gleich meine fresse ich brauche kisten freunde jetzt boah kriege ich das ding überhaupt hier rein ja kreaturen ja und sie heben wir nochmal eins an und dann war es das auch schon wieder glaube ich nee hier das geht noch zappt sind schon lange nicht mehr überfallen worden geht mir gerade so auf was der kisten schleppt hier der kleine kerl wer schleppt die kisten für den mannach rein ja und nochmal vier das ist ja geil ah guck mal sieht man schon hier baustelle also ich muss noch acht lieferungen aufhalten sagen wir es mal so und äh vorher ist nicht fertig das ist doch ganz gut so dann kann ich mir ein bisschen zeit lassen so auf geht's dann baue mal hier ein mannach rein ich freue mich drauf wieso zersägst du jetzt den tisch na komm mal in wallung jetzt aha sehr cool ist klar haben wir das auch zahltag so verbesserte horde da machen wir auch nochmal einen drauf es sind feinde in eurem dungeon wie jetzt du wie du w wie du 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 Das war's für heute. Wer bist du denn? Ah, ihr habt keinen... Wieso griechen das nicht gesagt, dass ihr keinen Schlafplatz habt? Äh, Entschuldigung, aber... Ähm... Äh, Entschuldigung! Späher berichten von mehreren Transporten nach Burgers End. Los, Kreaturen! Lasst keinen durchkommen! Den Friedhof auch mal vergrößern, hä? Kriegen wir das noch hin, irgendwie? Kriegen wir den größer? Ja, oder? Kommen wir mal hier noch ein bisschen Friedhof hin. So, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Platz. Und unseren Vortex müssen wir, glaube ich, auch noch vergrößern, oder? Der war jetzt auch nicht so riesig. Wo war denn der doch mal? Da. Scheiße, den kann ich nicht vergrößern. Aber da ist auch noch Platz. So, ihr habt jetzt... Äh... Schlafplätzchen, Freunde. Das sollte jetzt funktionieren. 14 von 18. Da hat's ganz schön, äh... Umgehauen. So, was können wir denn hier noch machen? Können noch ein paar Kreaturen dazu rufen. Und das hier können wir noch machen wieder. Hauen wir noch eine mehr, dann holen wir noch einen Ork. O-oh. Und das geht um. So, das sieht doch schon mal alles ganz geil aus. Können wir jetzt, äh... Wie mache ich denn jetzt Fallen? Sag mal, du realisierst schon, dass du alle diese Transporte aufhalten sollst. Das hat nämlich nicht den Anschein, dass dir das bewusst ist. Ja doch, das ist mir schon bewusst, aber ich muss halt auch erstmal hier... Du überforderst mich hier auch ein Kraten, ganz klein wenig. Ich muss ja hier mal auch gucken, dass ich hier vorankomme. Hier ist auch noch ein Ding, das könnten wir noch überfallen. Nur wenn ich jetzt wieder... Ja, komm, wir versuchen es mal. Wir müssen ja nicht alle mitnehmen. Vom sie ignorierenden Bösen befreit zu werden. Natürlich machte sich dieses sofort ans Werk. Naja, sofort. Ähm... Wie habe ich jetzt in der Hand? Wir müssen... Wo müssen wir hin? Es ist Zahltag. Ähm, unter und raus. Das Böse wird siegen. Das Böse wird siegen. Der steht nicht mehr auf. Mit einem zufriedenen Krachen und Knurpsen hatten die Armeen des unnahbaren Bösen das Lager der Pixies zerstört. Eine wunderbare Tat. Denn deren Flügel schlagen erinnert mich auf äußerst unerfreuliche Weise an die Mücken, die mich nachts in meinem Bett heim suchen. Verdammte Biester. Wir hätten uns bestimmt auch friedlich einigen können. Friedlich einigen? Mit Wesen, die sich wie Mücken anhören? Glaub mir, da kann es keinen Frieden geben. Selbst wenn man nachts um zwei noch alle Ritzen im Schlafzimmer nach der verdammten Plage absucht. Das sind aber ganz schön hartnäckige Jungs dabei hier. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. So, warte mal kurz. Jetzt, wir machen mal die verbessern, die verbessern, die verbessern, die verbessern. Jetzt sind wir alle auf fünf. Jetzt passt's. Gut. Können wir jetzt nochmal kurz heimgehen und uns ausruhen. Die werden bestimmt eklig wieder angegriffen. Dann gehen wir auf. Dann gehen wir auf. Dann gehen wir auf. Dann gehen wir. Was ist denn? Was ist denn? Ich bin ein Wälder, ich bin ein Wälder. berichten von mehreren Transporten nach Burgers End. Los Kreaturen, lasst keinen durchkommen. Okay, dann sollten wir jetzt mal uns auf den Weg begeben. Was soll ich tun? Eine Bösartigkeitsinsel wird angegriffen. Das alles vernichtende Böse hatte einen der Transporte nach Burgers End zerstört. Was sind denn alle? Alter, die hüpfen da hinten rum. Kommt ihr mal hierher kommen und helfen. Hier geht nach dem anderen von mir drauf hier. Zahltag. Nimm das. Was steht denn da oben noch rum? Das meisterhafte Böse hatte alle Transporte aufgehalten. So, dann können wir ja wieder heim. Bitteschön. Oh. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ist ein Däum. So, dann sind's. Oh. Dann ist es doch nicht so gut. W bunker. Dann müssen wir uns schnauchen. Oh. 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 Sodala. Sodala.